Hallo und willkommen bei Franz Kreimer-Kies, dem YouTube-Kanal über Keyboards. Heute zeige ich euch den fantastischen, einzigartigen, sagenhaften, unbezahlbaren Roland Jupiter 8 aus den Jahren 1981. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der Roland Jupiter 8. Er ist der Traum eines jeden Keyboarders. Allein sein Schriftzug lässt den Puls schon höher steigen. Man muss sich das so vorstellen. Man beginnt mit einfachen Einsteiger-Keyboards. Dann kauft man sich Workstations. Und irgendwann kommt das Licht am Ende des Tunnels. Und das ist dann der Roland Jupiter 8. Dieser Synthesizer hat bei seiner Erscheinung ungefähr, wer noch Schilling rechnen kann, 110.000 Schilling, also ca. 7.000 bis 8.000 Euro gekostet. Mittlerweile kostet er auf dem Gebrauchtmarkt zwischen 20.000 und 35.000 Euro. Ich muss leider sagen, dieser Synthesizer ist nur eine Leihgabe. Ich muss ihn irgendwann wieder zurückgeben. Kann man sich natürlich die Frage stellen, ist der Preis für diesen Synthesizer gerechtfertigt, zum Beispiel 25.000 Euro? Ich kann und möchte diese Frage gar nicht beantworten. Würde man die Bauteile, die elektronischen, die ICs, die Tastatur, das Gehäuse, die ganzen Bedienelemente zusammenrechnen, kommt man sicher nicht auf diesen Wert. Es ist ein elektronisches Instrument und im Vergleich zu einer Stradivari gibt es hier keine Handarbeit. Also warum ist er so teuer? Es sind einfach Sammlerpreise. Ich möchte mich mal bei Herbert Kohlross bedanken. Der hat mir nämlich diesen wunderbaren Synthesizer geborgt. Was macht diesen Synthesizer so außergewöhnlich? Das ist einfach seine extreme Klangvielfalt, dann sein wahnsinnig fetter Sound, dann natürlich, dass man die Sound speichern kann. Das war damals nicht selbstverständlich, auch die Mehrstimmigkeit. Und, dass er so extrem einfach zu bedienen ist. Die Beschriftung ist logisch, es gibt für alles einen Regler, es sind wunderbare Schalter. Ich schalte die so gern. Ja, am besten ist, ich zeige euch das gleich mal. Ich würde sagen, wir programmieren einfach mal was. Was soll ich machen? Okay, einen Brass-Sound, einen Bass drunter, dann später aus dem Brass-Sound einen Lead-Sound und aus dem Bass einen Pad-Sound. Okay, ich beginne mit dem Init-Patch. Beide aus der Lautoren-Sägezahn. So, machen wir das ein bisschen dunkler. Ein bisschen auch die Tuning drauf. Dann ändert man die Hüllkurve. Gehen wir die Hüllkurve auf das Filter. Nehmen wir jetzt einmal das 24 dB Filter. Lassen wir den Sound ein bisschen ausklingen. Das klingt immer ganz okay. No, jetzt bauen wir auch draus einen Bass. Wir gehen auf Split. Schalten auf Lower. Sound-Oktave tiefer. Bleiben wir beim Sägezahn. Ändern wir die Hüllkurve. Und dann machen 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 wir die Hüllkurve. dass wir nicht ausgängen ja, ist ja ganz okay, vielleicht noch ein bisschen mehr Schmerzen mit unisono so, jetzt machen wir aus dem Bass einen schönen Padsound so, die Resonanz drehen wir mal weg die Filterhüllkurve eigentlich auch wir lassen noch einmal den schönen Sägezahn mehr Detuning jetzt ändern wir die Lautstärkenhüllkurve lassen das aus, einschwingen vielleicht gehen wir eine Wellenform auf genau, auf die Puls ägbare Pulsbreite setzen wir doch ein bisschen die Filterhüllkurve ein das ist zu viel da haben wir noch den Blazersound so, das Paid noch ein bisschen lauter, wir machen so einen Solosound ich würde sagen so Bill Lyle Maze mäßig mit ganz viel Rechteck nehmen wir das zwölfte P-Filter wie ist mit den Terzverwandtschaften mit den Terzverwandtschaften jetzt könnte ich noch zum Beispiel bei dem zweiten Oszillator Rauschen dazugeben die Filterhüllkurve ganz kurz machen dann wird nochmal der die Filterhüllkurve in der Machen wir doch wieder den Bläsersound. Sägezahn, Sägezahn, zwölfte B-Filter, mehr Detuning, jetzt setzt man noch die Pitchhüllkurve ein, ich würde sagen für Oszillator 2. Gut. Ohne Bläser lauter und noch kürzer. Musik Musik That's it. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir sind am Ende dieses Videos über den fantastischsten Synthesizer, den ich jemals unter den Fingern gehabt habe, angekommen. Den Roland Jupiter 8. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auch über Anregungen, welche Videos vielleicht noch machen könnt ihr, was ihr wissen wollt. Generell über den Jupiter, welche Sounds man vielleicht programmieren könnte. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Es gibt noch viele Keyboards anzuhören und anzuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.